Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Groovecraft-Server. Wir sind hier gerade noch am Erkunden, haben Bücher gefunden in einem Dorf, aber suchen noch ein bisschen Leder, damit die Werferleder auf Vorrat haben, dann später noch, und suchen hier nach Tempeln. Aber leider nicht so Glück, wir haben nicht so viel Glück, aber ja, schauen wir mal. Und die quasi gegriffen, nein. Also hier auf dem Server wurde schon Ewigkeiten nicht mehr gegriffen, das ist toll. Wir passen natürlich auch sehr viel auf, also wenn ihr gegriffen auf dem Server, wir sehen es. Wir sehen alles, wir sind das allheilige Admin-Team. Allsehende Admin-Team und ja. Da wir so öffentlich sind und auch nicht Geld verlangen und so, wird halt unser Server vielleicht ein bisschen mehr gegriffen. Aber eben, da wir so effizient sind, grifft auch fast niemand. Das ist das Positive. Das ist das Positive. Da möchte ich draus nennen. So. Ach, was ist denn das für ein Berg hier? Hier sind Bücher, äh, hier sind Melonen da oben auf dem Berg gespawnt. Okay. Ja, genau die zwei Biome, die am schlimmsten zu durchqueren sind, sind hier. Aua. Zwei Schaden erlitten. Boah. Manchmal kann man zu stark an Fallschaden übrigens. Ein bisschen Fäderfeuer auf den Stiefeln verzahmen, aber hilft schon viel mehr. Sodele. Hm, hier sehen wir nichts. Gut, rennen wir mal hier nach Süden um den Dschungel. Da unten ist ein komisches Blum. Das ist so dunkel, aber das ist wahrscheinlich nur eine Ebene. Oh. So. So. Sorry, ich bin gerade ein bisschen erkältet. Das ist eigentlich nicht erkältet, aber ich habe gerade ein bisschen wenig Luft im Hals. So. Hier hätte auch ein bisschen zu viel. Aber das ist ja okay, weil es Let's Play ist und vorher habe ich mit Frost noch ein bisschen geredet. Gut. Das ist ein Wald, okay. Der ist grün auf der Minimap. Ein Wald durchqueren wollen wir jetzt nicht. Wir brauchen nichts vom Wald. Gehen wir lieber hier wieder zum Dschungel. Drogen. Also ich antworte mit Drogen nicht. Was will er überhaupt? links oben, oben Mitte, unten, ähm, links Mitte Leinen, dann Mitte Slim und unten rechts Leine, ähm, Faden. Ich will nicht leinen. Ich will nicht leinen. Ich will nicht leinen. Faden. So. Ich glaube, so geht. Wenn es nicht geht, geht es weiter. Spiegel verkehrt. Ich habe noch nie Leine. Ich habe wirklich noch nie Leinen gemacht. Ich brauche die einfach nicht. Für musste man auch ohne Leinen rauskommen. Und ich baue lieber Ställe für die Tiere, für die, ähm, Pferde. So. Was haben wir auf der Minimap? Nicht viel. Kein Tempel. Nix. Ah, haben wir heute ein Glück. Und schon 34 Levels und noch nicht alle Bücher egal. Mh. No. 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 Easy. No. No. Kommt da hier raus, hier. Kuhfladen. Und Level 35. So. Geht mir Fleisch, ihr Kühe. Geht mir later. Frauen later. Ja, genau. Mach falsch an. Haben wir hier irgendwo... ...ein Tempel. Komm schon. Du bist so ein... Scheißer. Ach Gott. Der wollte um jedes Willen überleben. So, jetzt haben wir eine Katze. Wir haben keinen Fisch. Okay. Hm. So. Jetzt geh ich kurz nirgendwo hin, wo wir... ...einen Waypoint hin machen können. Eine Home... ...einen Homepoint. Und mach mal was anderes ersuchen. Man muss kurz schauen, um Sonntag... ...um Sonntag wird resetet. Eigentlich will ich ja... ...gern noch ein bisschen mehr erkunden. Aber ja, dann haben wir eine neue Welt... ...und könnten dann dort auch wieder... ...erkunden. Also. Slash. Set. Home. Farm. 2. Gut. Ich möchte noch kurz schauen, ob hier irgendwo ein Tempel ist. Ich möchte gerne wieder ein Tempel haben. Die wurden so extrem selten. Dschungel sind selten geworden und die Tempel dort sind auch selten geworden. Süden Arsch. Süden Arsch. Sode. Ah, hier drüben ist auch noch Dschungel, also... ...können wir noch ein bisschen finden. Hm, das ist kein Tempel dort. Hm, das ist ein bisschen Berg. Okay. Schade, dachte schon. Aber einen haben wir ja schon gefunden in einem der vorherigen Parts. Und jetzt leckt es. Wieso frisst es? Okay, Moment kurz. Ah, jetzt geht es wieder. Ja, Frebs. Aber zum Glück nicht mehr so schlimm wie früher. Da hatte ich ja manchmal Frebs Probleme. Ja. Ja, Frebs spinnt gerade. Tut mir leid. Ah, das liegt halt an Frebs. Okay, ist Regler Nummer 5 wurde gefunden. Er hat schon 3 gefunden, also wirklich super. Finder. Ah, hier ist eine Ebene. Gut, dann erkunden wir noch kurz die Ebene. Ähm, aufnehmen können wir noch längere Zeit. Der Part ist noch jung. Gut, alles klar. So. Hier ist ein Zombie-Kind. Baby. Ähm. Ja. Wir gehen nochmals ein bisschen hier entlang. Jetzt gehen wir halt nicht nach Osten, leider noch noch. Oh Mann. Aber irgendwo muss es doch hier irgendwas geben. Hm. Wie lange geht der Dschungel? So. Ein Sumpf. Das berichten wir nicht. Oder vielleicht für einen Slime. Hm. Tja. Die Ebene ist groß. Und er hat eine Schaufel. Aber droppt sie nicht. Nö. Schade. Da ist ein Esel. Hm. Ja, weil da der Sumpf, ähm, Sumpf, ich sag Sumpf, ähm, Dschungel, ähm, vorbei ist. Jetzt ist es gerade schlimm mit den Legs. Tut mir leid. Alter. Da. Da ist gerade ein Maui-Strax-Film. Nummer 6. Okay. GZ. So, weil es hier gerade so viele Rosen gibt, nehme ich die doch mit. Und. Eben, äh, auf die, wo Schätze, äh, dabei haben. Sodele. Hier hat's noch Kühe. Also die mit Scherzen sind jetzt gar nicht so schwer zu finden. Man muss halt einfach nur, ähm, auffällen, also man muss, äh, die Scherzen sind jetzt gar nicht so schwer zu finden. Ähm, nicht da zu suchen, wo ihr es vermutet, sondern da zu suchen, wo es nicht, ähm, ja, wo es nicht denkt, es ist ein Esel. So, kurz hier hoch. Gut. Nur das mit dem Schatz. Die anderen sind nur ein Sched und ne Topfblume. Der ist unten dran. Ja, da muss ich ja bald wieder neue machen. Vielleicht mache ich das auch mal, ähm, ja, in einem Let's Play wäre jetzt nicht so gut, sonst finden alle die Schätzeweise in meinem Let's Play schauen. Ähm, naja. Vielleicht mache ich auch jemand anderes mal ein Easter Eggs. Und ich suche sie dann. Wäre ja auch gut wieder. Und sonst darf hier gerne jemand auf die Suche nach den Easter Eggs gerne ein Video machen davon. Jo. Also schauen wir nochmals nach oben hier. Weil ich brauche jetzt gerade nochmals ein Dorf für Bücher, egal. So. Naja, hier ist gerade nicht so viel. Los. Äh, äh. Schade. So, ich stelle home farm2 slash set home farm2 slash home lp. So, machen wir beide Bücherregale. Hallo. Ich stelle jetzt so langsam hier. Gut, hier weg. So, Udele. Wo haben wir das? Die andere Kiste. Die, da möchte ich das hier rein tun. Na ja, gold jetzt nicht. So. So. Gut. Und obwohl er stirbt. Einmal mehr. So, Udele. Bücherregale. Bücherregale. Die Bücher, bitte. So. Sieben neue. Jetzt müssen wir schauen, ob es geht. gut. Ähm. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Regal man braucht, um maximal Verzauberung zu haben. Aber wir tun jetzt mal hier hin. Und. Verzaubern mal. 22. Jetzt haben wir sicher. 30. Effizienz 4. Ähm. Bringt das was? Ja. Wir müssen. Ja. 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 Mega geil. Das ist mal etwas lohnenswert. Ja. Wir müssen. Ja. Das ist lohnenswert gewesen. Haltbarkeit 3. Wie geil ist denn das? So. Ja. Wir machen jetzt hier hinten noch eins. Gut. Also. Das ist mal geil. Haha. Jetzt bin ich glücklich. Super. Da können wir eigentlich gleich meinen noch ein bisschen. Habe ich vielleicht nicht dazu viel Nerven mit der On-Up-Wisten. Also. Dass ich es schlecht abwechsel. Ähm. Das Haus. Wir haben ja hier. Ähm. Akazien. Ja. Akazien. Akazienholz. Ich weiß jetzt nicht, wie euch das gefällt. Aber. Ich mache es jetzt mal eben. Einfach damit wir ein Dach haben. Damit wir wenigstens hier noch kurz das Dach machen. Später dann, wenn ich dann. bessere Rohstoffe. Also mehr Rohstoffe habe vor allem. Ähm. Werde ich dann natürlich auch mehr Baufolgen machen. Und. Ja. So. So. Zwar. Und zwar möchte ich hier noch die anpflanzen. Und die da. Die möchte ich gerne hier unten anpflanzen. Einen. Zwei. Drei. Und die unten irgendwo wo wir Platz haben. Wieso nicht hier vorne. Ähm. Hier oben. Hätten wir einen Platz. Ja. So. Und. Eigentlich hier aber. Hier haben wir. Sehr viele. Ja. Wir machen sie da drüben. Die brauchen nämlich recht viel Platz. Damit sie nicht irgendwie schadig dann. den. Ding. So. Was ist denn los? Ah. Home. Mine. Mine. So. Haha. Ich habe das Farm zuerst ja noch geschrieben. Das bringt uns nichts. So. Dann können wir recht schnell jetzt hier abbauen. Wow. So lässt sich doch viel besser. Ähm. Farm. So. So. Ja. Hier noch ein bisschen Granit abbauen. Gut. Ja. Das waren zwei Farming Parts eher. Und die nächsten hatten hoffentlich auch ein Hausbau Part. So. Ein Vorbereitungspart hat noch. Zum alles platt machen. Psst. Das brauche ich jetzt gerade hier nicht. So. Dann meinen wir hier schön. Grosszügig. Ja. Der Luke macht auch einen Fehler beim Schreiben. Der Heinrich ist AFK. Okay. Ah. Ist das schön. Jetzt endlich mal so richtig gut zu farmen können. Auch wenn wir noch nicht Maximum Speed haben. Ist es schon recht schnell. Schon fast Maximum für meine Herzen. Naja. Aber wir finden gerade nichts. Hallo. Ich geh in ein anderes Blumen jetzt. Ist mir egal. So. Einfach keine Diamanten vergessen. Ach. Also vielleicht noch ein bisschen farmen, bevor wir dann Diamanten finden. Manchmal findet man sofort Diamanten, manchmal nicht. Aber momentan habe ich eher Pech. Also, das letzte Mal schon keine Diamanten gefunden. Dafür viel Gold, ein bisschen Lazuli und Smarakte. Ah doch, letztes Mal habe ich Diamanten gefunden, aber nur ganz wenig. Nichts für meinen Geschmack. Ich bin da ein bisschen süchtig danach. So, gibt es was anderes als Redstone? Okay, hallo. Gibt es hier was? Ich möchte gerne ein paar Diamanten. Ich möchte gerne Diamanten. Ich möchte gerne Diamanten. Diamanten, nichts Smarakte. Oh ja, genau. Ich habe noch große Ankündigungen. Es gibt jetzt bald eine PvP-Welt. Und da werde ich natürlich auch ein neues Let's Play machen, was nur mit dem PvP zu tun hat. Aber ja, mal schauen, wie lange ich das mache. Weil mir gefällt PvP ja nicht ganz so gut wie Survival. Aber mal schauen. So. Aber da alle Befehle weg müssen, muss da noch ein bisschen angepasst werden. Aber bald geht es auf und ja, ich freue mich schon. Hier haben wir Diamanten. Sehr viele Diamanten. Schön. So. Eisen mitnehmen. Weiter. Ist das Norden oder was ist das hier? Westen. Gut, dann gehen wir wieder Richtung Westen. Waren wir ja noch nicht. Hier oben ist irgendwo. Hier oben ist irgendwo. Ah, hier. Ja. Das ist cool. Das ist doch mal nett. Mit zwei Kisten. Der letzte Wald, den ich gefunden habe, hatte keine Kisten. Aber hier haben wir Kisten. sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja. Pfff. Ich habe nicht mal dich gesehen, du hast schon eingeschossen. Das geht nicht. Du scheiß Skelett. Heimer. Schallplatte. Ein Verzauberungsbuch mit Plünderung. Drei. Bann. Vier. Was läuft? Drei. Ist jetzt nicht so gut, aber krass schon. Geil. Ein Amensschild nehme ich auch mit. Schwarzpulverbrauch. Sattel. Das ist wichtig. Okay. So. Hier nehmen wir das letzte nochmal mit. Gut. Ein Zombies-Bonus ist es. Okay. 33 Level ist es gut. Kann mir das Schwert auch noch verzaubern. So, noch fünf Minuten. Okay. Der Luke lernt auch zu sterben. Hm. Gut. Noch ein bisschen weiter graben. Jetzt geht es mir schon wieder ein bisschen besser, weil Minecraft wird ja auch langsam langweilig, aber ja, ich spiele schon irgendwie sechs Jahre fast Minecraft und ja, mir wird es langsam manchmal ein bisschen zu langweilig, aber dann mache ich auch Let's Play, damit ich einfach die Spannung wieder bekomme, auch etwas machen kann, was ich alleine nicht machen würde und euch Spaß bereiten, das ist ja eigentlich mein größter Wunsch und wenn es euch gefällt, natürlich vielen Dank für die Aufrufe und die Likes und so und wir haben fast keinen Inventarplatz mehr. Hm. Also dann, gehen wir zurück. Ja, noch drei Minuten. Ich müsste, ähm, ich gehe kurz noch zur Labe. Hier drüben. So. Ja, aber das ist fast nichts. Da ist nicht viel. Aha. Hier habe ich sogar eine Fackel. Jo, also. Mal kurz ausleeren die Sachen. 24 Diamanten schon. Cool. Das, das, das. So. Hier auch die Sachen ausleeren. Gut. Gut. Den Loot mache ich hier mal raus von den Gegnern. Ähm, das, 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 das. Ja, das. Das ich hier. Sodele. Dann sage ich natürlich Dankeschön fürs Schauen und viel Spass noch mit anderen Videos oder so. Euer Drago Basler. Bye.